Herzlich willkommen zur goldenen Sonne. Ich freue mich sehr und mir gefällt es so wahnsinnig gut hier am Niederrhein. Ich bin sehr gerne gekommen. Hut ab, was ihr hier aufgezogen habt. Eigentlich freue ich mich auf alles. Es ist eine wunderbare Bühne, es ist eine ganz tolle Kulisse, es ist sehr edel. Ich freue mich auch schon auf die Stars. Es werden tolle Menschen geehrt. Es ist eine große Ehre ausgezeichnet zu werden. Eine absolute Ehre. It is a wonderful opportunity. Eine Sonne, man bekommt eine Sonne. Hauptsache wir haben die Sonne im Herzen bei der goldenen Sonne, oder? Das ist echt die Premiere. Sonne Klatt, die Frau, mein absoluter Lieblingssender. Wow! Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Ist das ein Irres-Ermeernden? Unglaublicher Moment. Das erste Mal. Entschuldigung. Er hat schon ein paar Mal Gänsehaut. Ich fand fast geheult, als ich hier eben Ralf Siegel am Anfang gesehen habe. Und so ging das den ganzen Abend. Das erste Mal Gänsehaut. Das ist ein Irres-Ermeernden. 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 Das war sie. Die zehnte goldene Sonne live aus dem Wunderland Kalkar. Jawoll! Untertitelung des ZDF für funk, 2017